Komothaus, das erste Haus, das mitwächst. Das modulare Haus der Zukunft passt sich immer an die aktuellen Wohnbedürfnisse an. Man kann ganz einfach ein Modul hinzufügen, wenn man mehr Platz benötigt. Und wenn die Kinder ausziehen, können sie ihr Zimmer gleich mitnehmen. Das Komothaus ist ein preiswertes ökologisches Niedrigenergiehaus, basierend auf Modulen, die aus Stahl- oder Holzrahmen gefertigt werden. Alle verwendeten Materialien wie Stroh, Holz, Lehm oder Zellulose können wiederverwendet oder recycelt werden, ganz nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip. Cradle-to-Cradle kennt wie die Natur keinen Abfall, keinen Verzicht und keine Einschränkungen. Über biologische und technische Nährstoffkreisläufe werden die richtigen Materialien zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort eingesetzt. Am Ende steht immer eine bessere Qualität. Nominiert für den Galileo Wissenspreis. Komothaus.